Musik 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 Was habt ihr denn in der Zweierreihe nicht verstanden? Wir sollten zwei nebeneinander gehen Musik Immer das gleiche Musik Wir sind jetzt am Denkmal vom Tilly Wer weiß denn was über Tilly? Ja, bitte Er war ein Graf Ein Graf, sehr gut Er war ein Mann Es ist doch ersichtlich, dass er ein Mann war Es kann doch nur von dir kommen Wer weiß denn noch was über Tilly? Ja, Alina Der ist 1559 geboren und er ist 1632 gestorben Aha, sehr gut Dann kriegst du einen Einser Wer weiß denn noch was über Tilly? Matilda Wer war denn Tilly? Matilda, komm mal her Matilda Sag mal, warum hast du eigentlich immer das Kuscheltier dabei? Matilda Richtig easy Also, was weißt du über Tilly? Schau mal her Matilda Kamera runter, ihr braucht es jetzt nicht filmen Also, was weißt du über Tilly? Komm Komm heute noch Ich weiß nichts über Tilly Komm Matilda, sag was Ja Sag was Du musst doch was wissen, du hast es in der fünften Klasse gelernt Ja Ich weiß nicht, du hast es in der fünften Klasse Ja Ich weiß nicht, du hast es in der fünften Klasse Klasse che los Gl D